Musik Wer im Urlaub auf Entspannung und Erholung Wert legt, ist in unserem Ferienhaus herzlich willkommen. Umgeben von Weingärten liegt unser Haus in ruhiger Lage, direkt am B12 Kirschblütenradweg. Musik Es stehen zwei komplett eingerichtete Ferienwohnungen für zwei Personen, und eine für vier bis fünf Personen bereit. Musik Der große Garten bietet Kindern viel Platz zum ungestörten Spielen. Sie haben in unserem Ferienhaus keine Langeweile. Schaukel, Rutsche, Fußballplatz, Biotop, Fahrradschuppen, Gewölbekeller und einen Griller stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Musik Auf der Terrasse können Sie die lauten Sommernächte bei einem Gläschen Wein genießen. Wir freuen uns auch auf Haustiere, aber bitte zuerst anfragen. Feste Feiern, Spaß und Unterhaltung finden Sie im urigen Gewölbekeller. Es sollte Ihnen nicht schwerfallen, sich für unser Ferienhaus zu entscheiden. Wir würden uns freuen, Sie bei einem Gläschen Wein begrüßen zu können. Für eine schnelle Anfrage stehen wir auch jederzeit gerne telefonisch unter 0676-603-7131 zur Verfügung. Musik Sie ая Musik 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 Questo amore non è fantasia, ormai c'è mia Questo amore non è fantasia, ormai c'è mia E' una storia d'amore Come tante altre Con capricci suoi e vizi miei Io che andavo a caffè a giocare le carte Lei che andava al cine senza di me Fin che un giorno io mi stancai Gettai le carte e me ne andai cantando così Ciao amici ciao vediamoci domani